So, willkommen in meiner kleinen scheiß Drecksküche. Ich werde heute was ausprobieren und zwar das hier. Das ist nämlich veganer Bacon. Und ich weiß, eigentlich dürfte ich das nicht so nennen, aber es steht auf der Verpackung drauf und da kann ich ja mal gar nichts für. Auch wenn jetzt einige Menschen einen schlechten Tag haben werden, weil sie sich dadurch getriggert fühlen. Das Geilste an der ganzen Sache ist das, was ich jetzt machen werde, ist sogar auf der Verpackung abgebildet. Bohnen im Speckmantel. Als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich das geliebt. Ich hoffe, es wird mindestens genauso geil schmecken. Es riecht auf jeden Fall würzig. So, das wird jetzt eingerollt und dann angebraten. Ich mache jetzt auch erstmal nur dieses eine, weil wenn es scheiße schmeckt, gebe ich es einfach meinen Nachbarn. Ich habe veganen Bacon für Sie. Äh, danke, aber der ist ja schon geöffnet. Ja, der war einfach so lecker, da hätte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, den allein zu essen. Okay. Ja, ist ein bisschen verbrannt, aber ich habe auch nichts anderes von mir erwartet. Geschmackstest. Unnormal gut. Vor allem wegen der Röstaromen.